Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Legends! Im heutigen Part haben wir wieder 1000 Stones zusammen. Ich habe ein paar Seelen Boosts gemacht und wir machen erstmal bei Goku Vegeta die Potara Fusion machen, den Summon und danach gehen wir rüber zu Gogeta und machen da direkt den 5er Summon. Einfach weil wir es gerade haben. Oh, Bardock, new character! Hör! Jawohl, so oft kam der Vater noch nie zu Besuch. Junge, was ist denn hier los? Oh, damn! Das wäre krass. Oh, Shin, sehr geil. Jetzt haben wir Shin schon. Also, es wäre zu krass gewesen, wenn wir jetzt Legendary Finish Goku Vegeta hätten. Alter! Aber Shin ist schon richtig krass. Wir haben ja in der letzten Part auch Broly gekriegt. Alter! Okay, wir haben beide Side-Character schon. Und jetzt probieren wir hier bei Gogeta. Mal gucken, ob unser Vater nochmal rüberkommt oder ob Broly mal sich zeigt. Take you down! Okay, ein Charakter, den wir nicht haben. Kann aber alles sein. Kann alles sein. The Broly Animation wäre halt schon Legendary Finish Character. Okay, goldene Schrift. Broly, nicht da. Okay, schade. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Okay, haben wir schon. Trunks, okay. Talis. Yamcha. Haben wir auch schon. Skogeta. Der letzte müsste jetzt der sein, den wir noch nicht haben. Hä? Ach, hat Talis gezählt als Charakter, den wir noch nicht haben? Okay. Interesting. Trunks buffed Halb-Syurgents. Das ist ganz gut. So. Okay, dann machen wir die Story weiter. In dem heutigen Part wieder. Äh, da ich jetzt gerade vier vorproduziere, werde ich die Story erstmal geskippt lassen. Aber, ich möchte gerade mal Logeta rausnehmen für unseren lieben. Wo ist er? Broly. So, zack. Okay. Oh, was? Nein, Broly ist Level 1. Ich bin so lost. Ich dachte, ich habe den hochgebracht. Oh mein Gott. Okay. Wir nehmen den höchstens für den Boost mit. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht so schlau. Das war jetzt nicht so schlau. Naja, gut. So ist es. Und tschüss. Der ist direkt down. Dann bin ich auch gnadenlos. Jawoll. Da sind wir auch gnadenlos einfach reingegangen. Level 800. Das ist nicht schlecht. Ein Schlagangriff erfolgreich. Ja gut. Das haben wir jetzt natürlich nicht hingekriegt. Ist aber auch nicht so schlimm. Haha, gar nicht übel. Jawoll. Trainieren weiter. Du bist in Teil 2, Kapitel 2 abschließen. Meister Kayo weiß von irgendwas Bescheid. Okay. Waren weiter. Welches Level sind denn die Gegner eigentlich? Ah, 2000. Okay. Ja gut. Wir haben sehr viele grüne Charaktere gerade im Team. Das bietet jetzt nicht die beste Abwechslung. So. Kameraden. Yes. So. Einmal Verkampf. Einmal Nahkampf. Yes. Und da gibt es den Legendary Finish. Daher. Ciao. Was? Hey, du hast den Legendary Finish verkackt. Dordoria. Ja, ja. Jetzt brauchen wir 700 jeweils. Für den nächsten Step. Ja, Dordoria hat eine große Klappe. Oh, Sarcher ist unser Gegner. Warum ist Sarcher unser Gegner? Das macht keinen Sinn. Okay, die machen mit. Oh. Da war jetzt kurz. Das Bild wäre, wobei, bei euch würde das Bild genauso gewesen sein wie vorher auch. Okay, jetzt versucht Charlotte Sarcher zu überzeugen, bei der Aktion mitzumachen. Weil Sarcher hat keinen Bock auf den Plan von Virus. Weil wir versuchen, den Strippenzieher des Turniers jetzt herauszufinden, wer das ist. Und Sarcher hat keinen Bock, da mitzumachen. Und deswegen prügel wir ihm jetzt ein bisschen Verstand ein. Yeah. Oh. Oh, was? Ciao. Muck nicht auf, Sarcher. Du bist viel zu schwach. Viel zu schwach. Ah, Schlagangriff hätten wir durchziehen müssen. Äh. Ne, Sarcher hat keine Chance gegen Charlotte. Charlotte ist viel zu stark. Boah, ich will gerne mit Broly spielen. Hätte ich den mal hochgebracht. So. Sarcher hat immer noch keinen Bock, teilzunehmen. Am Plan. Und er ist dabei geblieben. Und ich glaube, damit ist Sarcher jetzt, glaube ich, erstmal aus der Story raus. Soweit ich weiß. Let's do this! Come on now! Oh oh. Oh. Sehr gut. Looking for me? Looking for me? Oh, Treffer. Ult? Fragezeichen? Ne. Und tschüss. Ja, das schnellere Kartenziehen hat uns jetzt auch nichts gebracht. Jawohl. Ah, hier ist wieder das Saiyajin-Item. Oh, Schlagangriff. Die wollen immer, dass ich mit dem Schlagangriff angreife gerade. Also so kommen wir relativ schnell voran in der Story. Wenn wir die Story skippen. Ich weiß nicht, ob euch lieber der Progress wichtig ist oder die Story zu erfahren. Da ich das alles hier vorproduziere, um da einfach für euch auch mal wieder Kontinuität reinzubringen, dass jeden zweiten Tag auf jeden Fall ein Video kommt. Mach ich das so. Weil gerade wenn ich mal Zeit habe, jetzt aufzunehmen, muss ich halt gucken, dass ich das mit Inhalten fülle, die ich sehr gut vorproduzieren kann. Und bei Legends, die Story jetzt zu ballern, ist relativ straightforward. Und natürlich will ich auch das sechste Anniversary richtig durchzocken. Und dafür brauchen wir Progress einfach, damit wir die Events zocken können. Oh, Legendary Finish again. Also bis jetzt ist es halt wirklich immer nur das Gleiche. Aber das ändert sich noch. Gerade wenn wir dann herausforderndere Events spielen. Aber keine Sorge, Budokai Tenkaichi 4 kommt natürlich auch noch. Das kommt dann einfach mal so zwischendurch. Oder ein Dragon Ball Legends Ersatz. Lasst euch überraschen. Das Ding ist, wir haben bis Oktober Zeit, bis eventuell Sparky Zero rauskommt, die 200 Parts voll zu machen. Wir haben jetzt nur noch 40 Parts, die generell gemacht werden von Budokai Tenkaichi 4. Bei 200 werde ich definitiv aufhören, bis Sparky Zero raus ist. Und dann habt ihr da noch ein bisschen mehr Zeit. Weil jetzt haben wir ja bald den sechsten. Dann haben wir noch vier Monate. Wenn pro Monat zehn Parts kommen, sind wir da relativ gut dabei. Würde ich mal behaupten. Aber Dragon Ball Content wird uns immer wieder auf meinem Kanal vertreten sein. Das ist klar. Aber gerade mit Daydream ist das nochmal was anderes. Und da würde ich mir auch wünschen, dass ihr vielleicht dem Daydream-Projekt auch nochmal eine Chance gebt. Auch wenn das Stream-Mitschnitte sind. Ihr könnt dann auch gerne mal live dabei sein. Das ist wichtig. Also ich werde heute Abend, also gut, wenn ihr das hier seht, ist das nicht mehr am Abend. Aber der dritte Part wird bis dahin online sein, bis der Part hier kommt. Oder der vierte sogar schon von Daydream. Schaut da gerne da mal vorbei. Ist ein entspannteres Projekt als das hier. Weil ich da einfach ganz entspannt baue, Pokémon erforsche, Türme sammle, Items aufsammeln. Also Türme finde und Items einsammle. Dinge bauen. Also das ist wirklich so ein ganz Chilo-Projekt. Was gar nicht so schwitzig aufgezogen ist. So wie das hier. Oder wie Tenkaichi 4. Aber vielleicht ist es auch genau das, was ihr bei mir mögt. Kann ja auch sein. Und Daydream mache ich ja auch nicht alleine. Da sind meist dann auch noch ein paar andere Leute dabei. Ein paar Freunde von mir. Die ich schon lange kenne. Johannes ist dabei. Sandro ist auch dabei. Ja. Alter. Jetzt reicht's. Switch. Jetzt gibt's eine rein. Yes. Ciao. Geben wir direkt den Nachkaufangriff nochmal. Bam. Gut. Dann gibt's ja auch noch den Hard-Modus, den man freischalten kann hier. Da werde ich dann auch noch ordentlich reingehen, wenn wir ihn freigeschaltet haben. Aber den Hard-Modus werde ich dann Off-Screen spielen, weil der tatsächlich auch nur dasselbe ist von der Story her. Wie das Ganze hier. Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Na, endlich eine zerstörte Stadt. Ich zeige Jimbalk. Oh. Sabon. Den wir jetzt als nächstes bekämpfen müssen. Aber natürlich kommt vorher seine Hand lang an. Ist ja klar. Ist ja mal wieder klar. Ich weiß nicht. Ist das Pacing für euch okay? Viele Kämpfe. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Währenddessen kann ich hier ganz entspannt durchklicken. Ich werde auch immer besser mit dem... Mit dem Ding hier. Aua. Okay. Ich werde immer besser in dem Spiel. Muss auch wieder reinkommen. Aber warte mal. Inzwischen sollte ich in der Lage sein, ja, genau das hier zu machen. Hehe. Ja, so leise werde ich warm. Und Legendary Finish. Soll ich werden den Legendary Finishes eigentlich reden? Soll ich leise sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oh, ja. Go! Jawohl. Und damit haben wir die nächsten Gegner auch besiegt. Vielleicht gibt es ja auch Dinge, die ihr gar nicht sehen wollt. Vielleicht wollt ihr die Story ja gar nicht sehen. Kann ja auch sein. Ich werde auf jeden Fall aus den Kommentaren lernen. So viel steht schon mal fest. Der rot gekleidete Saiyajin. Ah, jetzt wird Charlottes Zwillingsbruder eingeführt. Ja, ich kenne natürlich ein bisschen mehr von dem Game. Oh, Sabon und Oduri, ja. Das ist ja interessant. Ja, die ersten drei, vier Kapitel. Solange das Tutorial geht, ist es wirklich einfach nur Einführung in die Welt und so. Jawohl, du bist weg. Du bist auch weg vom Fenster, wenn ich mit dir fertig bin. Oh, fuck. Ja, okay. Er hat gewonnen. Dodge und Quotter. Was? Warum kann ich nicht dodgen? Ja, egal. Ciao. Das setzt sich eh gegen alles durch. Also, zumindest fast. Als wäre Dodoria Alpha Jiren. Oh, ja. Wir werden später mit den Teams doch so hart variieren können, weil wir so viele gute Charaktere noch bekommen. Wir werden hier angegriffen, da drüben, ja. Okay. Hat er jetzt nicht gecheckt, wer da ist. Der rot gekleidete Sane. Ah, da ist er. Wer war das? Zeig dich. Schau, da drüben ist jemand. Was? Nein, er, er. Oh, fancy angelehnt. Er sieht ja genauso aus wie du. So, das heißt, Charlotte, es gibt dich zweimal? Oh, Mann. Ich habe doch nicht alle umgebracht. Wer bist du? Und was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich hatte zwar nie erwartet, dass es hier sein würde, aber endlich stehen wir uns gegenüber. Ich hatte vermutet, dass ich dich irgendwo in dieser Epoche verschlagen habe. Hör auf mit dem Blödsinn und rieb Klartext. Wer bist du? Auf diesen Moment habe ich gewartet. Na, du? Endlich. Oh, oh. Jetzt bringe ich das Leben aus deinem dreckigen Körper. Was? Oha. Er geht direkt rein in die Bücher. Aber direkt. Ich muss nicht mit Charlotte spielen, okay. Ja, ich finde es schade, dass sie mich nicht mit Charlotte spielen zwingen. Klar könnte ich ihn freiwillig spielen, aber wenn mich das Spiel nicht zwingt, spiele ich über Gucko Freezer. Nur damit das klar ist. Let's go, Freezer. Oh, warte, das ist ja One-Shot. Ups. Oh, wow. Da war ja was. Jetzt haben wir wieder nicht alle Missionen abgeschlossen, oder? Ja, Schlagangriff. Oh, wow. Ja. Ah. Verdammt, der ist zu stark. Okay. Nochmal. So, wie viel haben wir denn jetzt inzwischen? Können wir wieder sammeln? Aber so müssen wir auch mal gucken. Sechs Missionen. Drei davon, drei oben. Okay. Reicht das? Das muss doch reichen. Jawohl. Da haben wir unser erstes Senker Awakening. Und zwar werden die Stats geboostet, wie ihr seht. Hier. Oben. Oder hier. Die Kampfkraft. Dann haben wir hier eine veränderte Hauptfähigkeit. Die Gekidama hat sich ein bisschen geändert. Die grüne Karte hat sich verändert. Und die Passive hat sich sehr stark verbessert. Ja. Und dann gibt es jetzt die Senker Fähigkeit. Die bufft jetzt blaue Charaktere, die Freezer Saga sind. Um 8%. Bei Basis Angriff und Verteidigung. Äh, gerade. Also generell Angriff und Verteidigung 10%. Sehr gut. Und das geht für alle im Team, ne? Die Senker Fähigkeit. Die müssen aber Saiyajin und Freezer Saga sein. Und dann gibt es hier noch Turnier der Kraft Sachen. Bla bla bla. Ja. Und dann sieht auch das Bild ein bisschen anders aus. Und es bekommt einen schicken Rahmen. Bop. Ja. Unser erster Senker Charakter. Sehr stark. Dann haben wir Broly. Auch nochmal Awaked. 26 Missionen. Alter. Kapitel 7 müssen wir abschließen. Und dann kommt Teil 2. Also Kapitel 7 ist tatsächlich das Ende. Oh, 200 Zeitkristalle bekommen wir nochmal. Ne, nicht mal. Okay. 120 nur. Gut. Ein Yamcha Charakter K.O. schlagen. Jetzt haben wir 500 Zeitkristalle. Ich dachte, die 3 können wir ja noch nicht annehmen. Äh, da war ja was. Können wir Broly nochmal eben trainieren? Äh, nicht damit. Haben wir davon noch? Ja. Broly. Einmal stärker werden, bitte. Shin können wir eigentlich auch direkt mal hochbringen. Wie, beziehungsweise wir können mal angucken, was der macht. Oh, der ist rot. Das ist gut. Buff. Der Buff. Ah, göttliche Key. Okay, wir können uns auch ein göttliches Team. Äh, göttliches Key-Team bauen. Majibu Saga. Okay, ja gut. Er bufft hat Majibu Saga hauptsächlich. Krass. Sieht auch nicht schlecht aus. Cool. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Hochleveln können wir ihn trotzdem. Wir haben ja gerade noch die Ressourcen dafür. Und wir können einen Seelenboost machen. Ah, Broly, Alter. Der was... Oh, der sieht auch krass aus. Der Broly gegen Gott Goku. Finale Angriff. Er hat super viele Sachen. Dann ist er natürlich Saiyajin. Wir haben ihn komplett auf Seelenboost. Was sieht man hier? Kampfhabe könnten wir ändern. Aber das machen wir nicht. Dann verbessern wir einmal Ausrüstung. Äh, falscher Reiter. Wobei, komm, wenn wir schon mal hier sind. Stehen. Einmal auf Maximum bringen. Zack. Haben wir das auch nochmal gemacht. Charaktere. Inventar Ausrüstung. So. Machen wir mal mehrere auf einmal. Dich machen wir besser. Dich machen wir besser. Äh, du bist schon. Dich machen wir besser. Der ist auch gut. Und Dich auch. So. Die verbessern wir jetzt. Zack. Ausrüstung verstärken. Let's do this. Und jetzt kann man mit Platzverstärkern die nochmal rerollen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann. Nehmen wir mal Basis. Grit brauchen wir jetzt nicht. Also wollen wir verbessern. So, bei Rand stoppen. Sind wir hier. Und dann drücken wir auf eine neue Platzverstärkung. Und jetzt rerollt der das. Bis es halt wirklich stark ist. Also bis es, äh, diese orangene Form hat. Die Ausrüstung ist halt für Saiyajins gedacht. Und hier sieht man, was es verbessert. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Na komm. Also hier kann man wirklich jahrelang rerollen. Das ist wirklich, das ist richtig ressourcenaufwendig. Und es kostet Geld des Todes. So, und da es jetzt nur ein bisschen hochgegangen ist. Und nicht gelb war, wird es jetzt abgebrochen. Also es hört bei 10 mal auf, weil ich gesagt habe, es soll bei 10 aufhören. Oder es hört automatisch auf, wenn es dann gelb ist. Bisschenweise orange, sucht euch aus. 50 Stones nochmal. Dann haben wir hier nochmal Gogeta. Bitte, Grenzüberwindung. 3 Sterne sind schon besser. Ne, habt keinen Bock. Gut. Kein Problem. Training ist fertig bei den beiden. Ja, das dauert hier auch immer besonders. Äh, haben wir hier nochmal. Das sind wahrscheinlich nochmal, weil wir es können. Falls wir jetzt doch ein göttliches Team bauen, dann machen wir es halt so. Gut. Dann machen wir die Story weiter. Jawohl, kann ich Broly jetzt überhaupt benutzen? Ja. Oder? Ja, geht. Okay, alles klar. So. Oh, Goku ist da. Oh, Beerus hat ihn geschickt zur Verstärkung. Sehr gut. Oh, Super Saiyan. Okay, komm doch. Okay, Schlagangriff müssen wir wieder ausführen. Diesmal ist Goku mit dabei. Äh, zwangsweise. Da könnte man die Goku ausprobieren. Ich glaube, den Goku mit dem Artwork gibt es auch noch gar nicht. Den kann man gar nicht spielen. Kommt bestimmt irgendwann noch. Ich meine, in den Daten ist er da. Uh, das wird Legendary Finish direkt. Warte, nein, 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 nein. Goku chill. Goku chill. Verdammt. Ich hätte den Schlagangriff machen müssen. Ah, ich bin aber wieder gnadenlos heute. Okay. Gut. Vielleicht haben wir das Kapitel tatsächlich auch fertig Und den Teil vielleicht sogar auch Verbinden Jawohl Zack Friend Level ist gestiegen bei Freezy Und Goku Ja Schlagangriff haben wir wieder nicht hingekriegt Du hast offensichtlich noch nicht genug Es ist doch offensichtlich Wer stärker ist Sagoku Stärke ist der Hammer Ich wusste gar nicht dass es in dieser Zeit Kämpfe auf dem Niveau gibt Ich gebe zu dass meine Stärke Dana nicht das Wasser reichen kann Zumindest momentan Aber lass dir eines gesagt sein Ich werde dich jagen und erwischen Es ist unausweichlich Das Blut der Besiegten Das Blut der Verdorbenen Beide werden von mir aus dem Universum verbannt Von mir Das Gleichgewicht wird wieder hergestellt Oh und der ist weg Okay Abschnitt 6 Ah jetzt trainieren wir gegen Goku Oh wir bekommen das Momentan eine Teleportations Outfit Ja beziehungsweise Ausrüstung Gut jetzt wollen wir einmal gegen Goku Sparing machen Muss ich Charlotte nehmen Wäre schon sinnvoll eigentlich Aber sagt nix Ist ihm egal Gut Okay Schlagangriff Er lebt Oh mein Gott Also mehr oder weniger Besiegt haben wir ihn trotzdem Eine D-Ausrüstung Sehr gut Also wir schalten auch noch D-Events frei Wo wir die Ausrüstung farmen können So ist es nicht Dann geht es wirklich darum Ausrüstung komplett fertig zu farmen Hauptstory Teil 1 abschließen Haben wir geschafft Jetzt sind wir Teil 2 In der Hauptstory Event Nachspielen des Originals Und Schwerteil 1 wurde freigeschaltet Oho du hast Du hast Teil 1 Der Hauptstory Für einen neuen Schwierigkeitsrad freigeschaltet Okay Danke Gut Dann kann ich aufscreen Das hier farmen Das ist einfach neu Quasi von vorne nochmal Das ist okay Und dann kann ich hier Können wir jetzt auf die Abschnittswahl gehen Dann Allianz mit dem bösen Kaiser Und dann geht es hier weiter Gut Gucken wir mal Haben wir nochmal Die 700 Jetzt freigeschaltet Oder Ne Das ist dann allgemein nochmal Andere Hier bekommen wir Oh Wir bekommen nochmal Ne Ausrüstung Und wir bekommen Broly nochmal 500 Na los Lass es kämpfen Das ist nochmal was Für ein Abenteuer aufbrechen Das haben wir doch gemacht Ich verstehe das nicht Warum der das Manchmal nicht nimmt Wir sind auf dem Abenteuer Aufgeboren Hier Ich kann es so gerne nochmal machen Bitteschön Habe ich es jetzt abgeschlossen? Ja Ich wollte gerade sagen Hä Was ist das jetzt? Für eine Key? Äh Ah Legends Road Jetzt können wir So ein Guckoo Teenager Farm Okay Das ist auch gut Weil ich glaube Wir sollten den ja Einmal farmen Gut Kein Problem Gehen wir da rein Holen uns den einmal Hauen wir den mal kurz Zur Seite Und dann Haben wir auch Den Teenager Goku Der hat auch Ein Senkai Tatsächlich Also viele dieser Legends Road Oder sogar alle Haben einen Senkai Inzwischen Da kann man Richtig gutes Free2play Team Lauer bauen Daraus Und tschüss Ich hoffe Wir haben auch Alle Missionen Jetzt abgeschlossen Weil dann können wir Das immer wieder Machen Das Event So Wir haben ihn erhalten Mit 100 Aber ich glaube Wir müssen dafür Mit Teenager Selber spielen Mit Boku Nee Weil er muss Gabe und Legends Road Seien Also ich muss Noch mal Den Goku Verbessern Und jetzt Kennen wir hier Halt Evil Farmen Und hier ist Auch nochmal Ein Event Wo wir 100 Bekommen Aber dafür Müssen wir auch Nur dem Goku Spielen Das ist nicht So geil Okay Hey Damit haben wir Sogar die 700 Wieder Und können noch Ein Summon Abschließend Zu diesem Part machen Ich weiß nicht Ob wir den Noch hoch bringen Müssen Krass Den Goku Ob die das von uns Auch verlangen Oder ob das Gereicht hat Online Kampf Spielen Ja dass die das Wollen ist mir Klar Story Teil Boah Wir müssen auf jeden Fall Den Teil 2 Durchspielen Glaube ich Bis wir wirklich Finally hier raus Sind Aber wir dürfen Jetzt in den Events Glaube ich auch Nachspielen Das Original Spielen Ja Jetzt können wir Hier Angriff von Raditz Spielen Okay Ja hier kann man Jetzt auch nochmal Ordentlich farmen Hier vor so einer Auferstehung Und sowas Hier nochmal Free2Play Charaktere Farmen Ja jetzt geht's los Jetzt eröffnen sich Hier mehr Wege Für uns Gut Broly ist jetzt Noch stärker Jetzt können wir hier Nochmal in die Beschwerung reingehen Und Bei Ich bin halt echt Zwiegesprittend Aber wir machen Den Durchlauf Bei Vegito Komm Vegito Los geht's Der letzte Zusammen Für diesen Part So Drei Pots Sieht jetzt nicht Besonders aus Okay Ist noch unentschieden geworden Jetzt sagt die Schrift Okay Sparking Sagt die Schrift Okay Oh Freezy kann nicht mehr Das wird ein Sparking Und Tschüss Also Shin In höherer Dings Wäre auch gut Für Den Raid Begon Und Oh Super Buu Sehr cool Ich glaube der bufft Auch mal Jumbu Saga Und Regeneration Irgendwie sowas Oder mächtiger Feind Ich bin mir nicht sicher Der Buu ist auf jeden Fall Auch nicht schlecht Der kann ein Schild Um sich erzeugen Gegnersches Universum Die bufft auf jeden Fall Ordentlich Gut Mit Sail Junior Können wir nichts anfangen Ja Ne warte mal Der ist rot Der andere Den ich meinte Ist grün Künstlerkarte Okay Das ist ein anderer Den kenne ich nicht Okay Den kenne ich noch nicht Was boostet der Majibu Saga Okay Wenn das noch weitergeht Machen wir uns Majibu Saga Team Ausfahren Gut Dann will ich an der Stelle Abo sein Das war's Bis zum nächsten Part Wenn euch der Part gefallen hat Lasst gerne Daumen nach oben da Abonniert den Kanal Damit ihr keine weiteren Videos Mal verpasst Und schaut hier rechts In der Playlist vorbei Falls ihr die ersten Vier Parts verpasst habt Bis dann und ciao Euer Feilexer Haut rein Bis dann und ciao